Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Ghostbusters von Paul Feig. Die Ghostbusters sind zurück und alles ist wie gehabt. Nur eine Sache ist anders, manchen ist es schon aufgefallen. Die Sekretärin wird nicht mehr von einer Frau, sondern von einem Mann gespielt, von Chris Hemsworth. Er gibt der Sekretärin der Ghostbusters ein neues Gesicht. Er nimmt Anrufe entgegen, er kocht Kaffee. Die Sekretärin ist ja eine wichtige Figur in der Filmgeschichte. Denken wir nur an Miss Moneypenny aus James Bond. Die Büroarbeit war ja im 19. Jahrhundert noch stark männlich konnotiert und nach dem Ersten Weltkrieg ändert sich das dann in der Weimarer Republik. Da wird die Büroarbeit, kann man sagen, feminisiert. Das hängt auch damit zusammen, dass die Schreibmaschine erfunden wird. Und die amerikanische Frauenrechterin Carrie Chapman-Catt sagte damals, die Schreibmaschine hat die Frau befreit. Und es gibt auch viele Romane darüber, von Irmgard Coyne, Vicky Baum oder Hans Faller da. Eine solche Sekretärin ist Janine im Original noch. Ja, sie trägt sogar eine typische Kurzhaarfrisur, im zweiten Teil dann sogar eine, die ganz klar an die 20er Jahre angelehnt ist. Aber sie trägt nicht nur hohe Schuhe, sie trägt auch Turnschuhe. Und das ist eine neuere Form des Feminismus. Denken wir an den Satz von Alice Schwarzer, dass man den Emanzipationsgrad einer Frau am Schuhwerk ablesen kann. Aber auch sie leidet schon, wie in den 20er Jahren, viele Sekretärinnen unter den Arbeitszeiten. Besonders auffällig ist aber, dass sie gerade im ersten Teil sehr zugeknöpft erscheint. Dagegen ist es bei Chris Hemsworth anders. Er wird sogar am Arbeitsplatz sexuell genötigt. Ich finde es völlig okay, wenn ein Mann mal eine Frauenrolle übernimmt. Man kennt das aus Shakespeare's Theater oder aus Mrs. Doubtfire. Aber warum muss man den Mann so dumm, schwach und hilfsbedürftig darstellen? Am Ende muss er sogar gerettet werden. Mit einer Frau würde man so etwas doch auch niemals tun. Problematisch ist selbstverständlich auch, dass der Film trotzdem die Geschlechterbinarität aufrechterhält. Er ist gar nicht so progressiv. Und dann, das kommt noch hinzu, betreibt der Film einen sehr gefährlichen Speziesismus. Was sollen eigentlich Tiere und Pflanzen denken, die sich nichts ahnend diesen Film ansehen? Der Film verspottet ja sogar eine solche Überlegung. Das heißt dann einmal, ja, in 40 Jahren, dann ist der Präsident eine Pflanze. Und darüber wird dann gelacht. Ich kann und will darüber nicht lachen. Es beleidigt mich und wir wissen, wer beleidigt ist, hat recht. Mich hat der Film wirklich ein Stück weit tief betroffen gemacht. Hemsworth wird immer wieder pejorativ als Empfangsdame bezeichnet. Ich hoffe, dass es nur in der deutschen Übersetzung ist. Und so in Amerika ist man ja mit solchen negativen Formulierungen sehr viel vorsichtiger. Ich hatte Mitleid mit Chris Hemsworth. Er kann ja nichts für sein gutes Aussehen. Schuld daran ist höchstens sein Personal Trainer. Und es ist natürlich klar, dass man in jeder Stunde, in der man im Fitnessstudio ist, nicht gleichzeitig in einer Bibliothek sitzen kann. Aber muss man ihn so dumm darstellen und nur auf sein Aussehen zu reduzieren, ist das nicht sexistische Kackscheiße, um es einmal elaboriert auszudrücken. Ich weiß, nun werden einige sagen, es ist halt eine Komödie. Aber ich verstehe bei sowas einfach keinen Spaß. Ein Aufschrei müsste her. Und mindestens zehn Spiegel Online Artikel. In manchen Szenen, da erscheint Chris Hemsworth regelrecht als Sexobjekt. Mit engen Jeans und einem weißen T-Shirt. Muss das denn sein? Warum müssen Kinobilder immer so erotisch aufgeladen werden, so sexuell aufgeladen werden? Das ist eigentlich schlimmer Voyeurismus. Vielleicht fühlen sich auch einige Frauen, die den Körper von Chris Hemsworth sehen, davon eher abgeschreckt, von dieser ganzen sexuellen Potenz. Im Kino darf es doch nicht um Attraktivität und Schönheit gehen. Wie soll sich eigentlich ein Zuschauer fühlen, der nicht so einen Körper hat wie Chris Hemsworth? Ich habe mich mal versucht, in so einen Zuschauer reinzuversetzen. Und ich glaube, für einen solchen Zuschauer ist das noch viel demütigender, einen solchen Film dann zu sehen. Vielleicht sollte man das Kino überhaupt verbieten. Dann kann es auch keinem mehr wehtun. Und dann schießen die Ghostbusters in der finalen Szene den Gespenst in den Schritt. Ich finde, bei so einer brutalen Szene müsste es eigentlich eine Triggerwarnung geben. Jetzt werden vielleicht einige sagen, ich sei dazu empfindlich. Aber ich bin mir sicher, jeder Mann kann und wird mich verstehen, wird das nachempfinden können. Man leidet bei einer solchen Szene fast körperlich. Die Szene soll sicherlich die Kastration der patriarchalen Macht symbolisieren. Aber ich will ganz persönlich sagen, ich hatte Angst. Und das ist so schade. Denn das Original aus den 80ern ist ein Meisterwerk. Zumindest für diejenigen, die noch nie einen Film gesehen haben. Der Neue ist einfach nicht so gut. Und das liegt auch daran, dass Bill Murray nur einen Gastauftritt hat. Dabei gehört er doch eigentlich zu den Ghostbusters. Ich glaube aber auch, dass der Film eine ganz wichtige emanzipatorische Botschaft für uns bereithält. Ich weiß nur nicht, welche. Ich habe zwar keinmal gelacht und mich fürchterlich bei diesem Film gelangweilt, aber ich finde den Film trotzdem super gut, weil ich kein Frauenfeind bin. Zweifellos hängt die Zukunft der Männer und der Frauen von diesem Film ab. Und ich würde mir wünschen, dass Donald Trump und Hillary Clinton sich diesen Film gemeinsam ansehen. Denn sie ist eine Frau und er ist ein Mann. Dennoch ist mir unwohl bei diesem Film. Mir tut Chris Hemsworth leid. Haben Sie seine traurigen Augen gesehen? Wenn nicht, dann schauen Sie nur. Aber Sie sehen nicht.